Das ist Tom. Tom arbeitet seit einem Jahr in der IT-Abteilung eines internationalen Unternehmens für Softwareentwicklung. Tom hat für sein Unternehmen ein großes Softwareentwicklungsprojekt an Land gezogen. Eine Herausforderung. Aber zum Glück hat er in der Vorlesung IT und Anwendungssysteme während seines Studiums gut aufgepasst und erinnert sich an Scrum. Eine Methode des agilen Projektmanagement, die Tom euch heute erklären möchte. Tom, woher kommt Scrum eigentlich? Scrum kommt ursprünglich aus der Produkt- und Softwareentwicklung. Im Jahre 1986 gaben die Gründer Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi Scrum seinen Namen in Analogie zum Gedränge bei einem Rugby-Spiel. Die wesentliche Analogie besteht darin, dass Teams in kleinen selbstorganisierten Einheiten arbeiten, die zwar von außen die Richtung vorgegeben bekommen, die Taktik zum Erreichen des gemeinsamen Ziels jedoch selbst bestimmen können. Okay, und was ist das Besondere an Scrum und wie funktioniert es? Wie bereits erwähnt ist Scrum eine agile Projektmanagement-Methode. Das Produkt, zum Beispiel eine Software, wird in einer Reihe von Iterationen, sogenannten Sprints, entwickelt. Die Sprints haben immer die gleiche Länge und dauern in der Regel zwischen ein bis vier Wochen. Am Ende eines jeden Sprints steht eine funktionierende Software, die sukzessive erweitert wird. Damit Scrum erfolgreich funktioniert, bedarf es drei wesentlicher Rollen. Der Product Owner entwickelt den sogenannten Product Backlook. Das ist eine Prioritätenliste mit allen Anforderungen, die das Endprodukt erfüllen sollte. Aus dieser Liste, sucht sich das Entwicklungsteam während des Sprint-Plannings einige Punkte heraus, die es während eines Sprints umsetzen kann. Das Ergebnis des Sprint-Plannings ist der Sprint-Backlog, also eine To-Do-Liste für den folgenden Sprint. Während des Sprints entscheidet das Team selbst, wie es die gesetzten Ziele des Sprint-Backlogs umsetzt und organisiert sich vollkommen selbstständig. Der Leistungsfortschritt wird im Burndown-Chart festgehalten. To-Dos aus dem Sprint-Backlog wechseln dort ihren Status, je nach Fertigstellungsgrad, von To-Do auf In-Progress in Done. Während der Sprints gibt es täglich ein Daily Stand-Up, in dem lediglich drei Fragen beantwortet werden. Was wurde gestern umgesetzt? Was ist der Plan für den heutigen Tag? Was sind Hindernisse, um effektiv zu arbeiten? Am Daily Stand-Up nehmen der Product-Owner, das Entwicklungsteam und der Scrum Master teil. Der Scrum Master begleitet das Team während der gesamten Zeit und fungiert als Servant Leader. Das bedeutet, er coacht Product-Owner und Team in Bezug auf den Scrum-Prozess und sorgt für die Einhaltung der Prozesse. Er plant erforderliche Ressourcen, er räumt Hindernisse und externe Störfaktoren für das Team aus dem Weg und sorgt dafür, dass keine Prozessänderung, wie zum Beispiel eine Änderung der Sprint-Dauer oder des Sprint-Backlogs stattfinden. Und wo genau liegt der Vorteil in Scrum? Ein wesentlicher Vorteil von Scrum liegt darin, dass flexibel auf veränderte Anforderungen reagiert werden kann. Neue Produkteigenschaften können damit schnell realisiert werden, ohne dass der gesamte Projektplan dadurch gefährdet wird. Ein weiterer Vorteil liegt in der engen Zusammenarbeit, der hohen Transparenz durch regelmäßige Meetings und Backlogs und damit in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Scrum-Teams gelten bei guter Zusammenarbeit als deutlich effizienter als nicht agile Teams. Also kurz zusammengefasst, ein Scrum-Projekt-Team besteht aus Product Owner, Scrum Master und einem Entwicklungsteam. Der Product Owner gibt eine To-Do-Liste für das geplante Endprodukt vor. Das Entwicklungsteam wählt daraus einige To-Dos, setzt Schritt für Schritt in Sprints Teile der To-Do-Liste um und liefert stets ein funktionsfähiges, aber nicht fertiges Produkt. Und der Scrum Master schaut, dass alles wie geplant abläuft und es keine Hindernisse im Projekt gibt. Genau und der Vorteil ist, dass es keinen festen Plan gibt, sondern dass neue und nicht geplante Anforderungen an das Produkt jederzeit flexibel berücksichtigt werden können. Alles klar, danke Tom!